Herzlich Willkommen bei S21-BauTV. Heute ein Meilenstein R8, der letzte Restkirch wird betoniert. Und hier, mittig im Bild, sehen wir, bis zu diesem Überstand ist alles schon gefüllt. Ein gutes Wort, alles nehme ich zurück, weil ich noch nicht weiß, wie weit es nach rechts weitergeht und ob ich das überhaupt aufs Bild kriege. Ja, hier sieht man den Übergang. Also in dieser Ecke ist der Überstand fertig. Der Ecke ist also der Einladen, der sich in der gesamten reichenden R8, der sich in der periodische R8, auf der kickende Reise racing. Und hier wird am Boden schauen. Und hier wird es natürlich auch im Takti in der R8, der sich in der R8, der sich in der L8, der sich in der R8, der sich in der R8, der sich in der R8, der sich in der R9. Mal schauen, ob ich heute Nachmittag nach Schichtende nochmal vorbeischauen kann und dann ist R8 und damit alle wird die Restkelche betoniert. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, tschau!